Hi, mein Name ist Fabian. Ich bin Dorothee Feldmüller, Professorin für Wirtschaftsinformatik am Campus. Ich bin Antonele. Ich arbeite bei der Borgesta. Seit einem Jahr bin ich in Deutschland. Hi, ich bin Steffen. Ich studiere Mechatronik hier am Campus Felbert Heilinghaus und gehe nebenbei bei der Firma CES in Felbert arbeiten. Dual Studierende einzustellen ist für uns eine Win-Win-Situation. Das echte Highlight für mich sind die Projektarbeiten im dualen Studium. Wo die Studenten in Zusammenarbeiten mit der Hochschule und unserem Unternehmen an echten Projekten arbeiten, also wirklich aus dem Tagesablauf herausgenommen. Dadurch lernen sie halt entsprechend auch schon sehr praxisnah und das Ganze führt bei uns zur Prozessoptimierung und zur Effizienzsteigerung. Sie sind normalerweise auch weiter, was ihre Studienorganisationen angeht. Was mich am dualen Studium überzeugt hat, ist, dass man hier in einer relativ überschaubaren Lerngruppe den Stoff, den man hier in der Uni vermittelt bekommt, gut lernen kann. Duales Studium kann man sehr gut schaffen, wenn man die Sachen sehr gut plant und am Ende hat man auch Freizeit. Und besonders in meinem Unternehmen weiß ich, dass ich fest auf eine Rolle angelernt bin und diese auch nach Beendigung von den Studiums übernehmen kann. - Untertitelung des ZDF für funk, 2017